Hallo, ich bin wieder da, euer Dennis. Ja, nach einer langen Zeit bin ich auch wieder da. Ich erkläre euch jetzt auch warum, weil ich gehe mal kurz auf meinen Kanal. Ihr seht wahrscheinlich nur Bilder, weil ich gerade mit Audacity aufnehme. Ich habe seit einem Monat, das müssen mehr sein, sogar schon fast seit zwei Monaten, dann habe ich nichts hochgeladen und davor dieses Minecraft Smash Video und Harmonia 3 und so sind halt, also die Videos wurden immer verkürzt, also die wurden halt immer unregelmäßig hochgeladen und ja, warum war ich weg? Der erste Punkt war, ich habe ja mit Justin und Marek, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, mit denen habe ich ja ein Let's Play Minecraft gemacht. Justin ist, ich glaube, nur drei oder vier Folgen insgesamt bei Minecraft gewesen und ich und Marek haben den Rest hier alleine gemacht. und ja, das war der erste Punkt, weil ich wollte mit Justin auch gerne aufnehmen, nur der sagte dann halt, ja, ich kann nicht und ja. Und das ist der Punkt, warum, da ich gesagt habe, komm Marek, pausieren wir mal einfach, weil ich habe derzeit wenig Lust auf YouTube, weil, ja, ganze Zeit dieses Rendern, ähm, Dings, ähm, äh, Thumbnails machen und Sonstiges, ihr merkt wahrscheinlich auch schon an den Bildern, die sehen gut aus. Ich habe mich verbessert, ich habe geübt, ich nehme jetzt auch, wie, danke Auto, ähm, ich nehme jetzt auch wieder mit Fraps auf, ähm, die Tonspur ist immer noch da, ähm, ich nehme jetzt mit Fraps auf, ähm, und im Hintergrund dann halt mit Audacity. Ähm, ja, das war der erste Punkt, oder? Äh, ich muss mal kurz Photoshop öffnen. Ich habe hier nämlich, ich habe die, ähm, die Bilder nicht, ähm, die Bilder nicht, äh, äh, ähm, die Bilder habe ich nicht gekennzeichnet, was und zu, nicht? So. Also, jetzt gucke ich erstmal den, das, wenn Fotoschatz sich beöffnet. Ja, ähm, okay, warum war ich weg? Info, okay, das haben wir. Das habe ich, habe ich euch erzählt. Also, wegen Ma, äh, wegen Justin und Marek halt, weil, naja, nicht wegen Justin und Marek, sondern ich hatte halt wenig Lust noch. Und, ja, jetzt, ja, äh, jetzt kommen wir zum, nein, falsch geöffnet. Ähm, ja, welche Projekte kommen? Ihr kennt wahrscheinlich Game, ich muss den Namen vorlesen, Gamestuff LP, Gamestuff, ich nenne den Gamestuffel, ähm, der ist auch in meiner Abo-Box drin, ähm, mit, ich frage den, der ist momentan im Urlaub, ich frage den, ob der, ups, da kam kurz sein Intro. Ähm, ich würde ihn gerne fragen, vielleicht ein Projekt zu starten, Minecraft oder so, weil, ja, ich hätte jetzt Bock wieder aufzunehmen und, ja, halt ein Projekt alleine nicht, sondern mit welchen zusammen, vielleicht kommt Marek auch wieder dazu, ähm, naja, Justin, ich kann euch schon mal was verraten, es wird kein Vanilla-Minecraft mehr sein, es wird ein Mod-Pack sein. Welches muss ich mit, muss ich mit Luis entscheiden? Ähm, ja, äh, Projekte, also Minecraft, entweder, Minecraft, ähm, dann gehe ich mal kurz Steam on, ich muss, ich hab, ich hatte ganze Zeit was im Kopf, aber dann habe ich es vergessen. Ähm, währenddessen Steam sich öffnet, ich spiele in, vielleicht kennt ihr das Spiel, ich habe in der letzten Zeit sehr oft Ozu gespielt. Dieses Japanus-Spiel, wo man zum Rückmord muss, halt so derbst abklatschen muss und so, ähm, ja, das habe ich halt, das spiele ich in letzter Zeit, das werde ich aber nicht let's playen, weil Copyright und so, Vista, Windows Vista, ahaha, ähm, ja, ich suche hier gerade, ich gucke hier gerade so ein paar Spiele, danke Auto, immer, immer bei uns an der Straße. Ähm, anturnt, könnten wir machen, könnten wir machen, ja, ja, ähm, dann wäre da noch, vielleicht werde ich auch Rust, wenn endlich mal das, das dicke Update rauskommt, weil derzeitig ist ja halt noch das alte, ähm, das alte Update noch da, also, die Alpha. Wenn es also in die Beta kommt, oder in, in die, in die nächste Alpha, ich weiß es nicht, ähm, und da kommt halt viel Neues, und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich das auch mit Luis, wenn er nicht Lust hat, dann mache ich das alleine, das will ich nämlich auch, auf jeden Fall mal machen, ähm, und dann steht uns zur Verfügung Portal 1 oder Portal 2, ihr könnt, ähm, ihr könnt das, ähm, ihr könnt das entscheiden, genau, ihr könnt es entscheiden, Portal 1 oder Portal 2, ähm, Garry Smot, Troublem Terrorist Town, oder, Prop Hunt oder, ähm, Dark RP, I Don't, Knopf, Dota 2, nein, kein Dota 2, ich mag so Spiele nicht, aber ich hab's, ja, ich hab früher mal ein Key bekommen, ja, ein Key bekommen, ähm, Black Ops 2, MV 2, naja, ist ziemlich alt, so wie Portal 1 und Portal 2, äh, oder Borderlands, Borderlands 1, den ersten Teil könnten wir auch spielen, ja, also, entweder Unturned, Team Fortress 2, das wär dann nicht so ein richtiges Let's Play, das wär so random, könnt ihr euch dann entscheiden, Unturned, Team Fortress 2, Rust, also Rust noch nicht, das werd ich dann später ankündigen, äh, also Unturned, Team Fortress 2, Portal 1, Portal 2, Gary Smod, TTT oder, äh, Prop Hunt, äh, Borderlands, oder Borderlands, ihr könnt euch entscheiden, ich versuche zwei, äh, zwei Videos zu machen, also einmal Minecraft, so wie ihr, wie ihr das früher gekannt habt, nein, habt ihr nicht, aber ich, weil ich das unregelmäßig dann immer gemacht hab, ähm, also, dann zum Beispiel Montag, Minecraft, Dienstag, eins von denen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Spielen, eins von den sechs Spielen, ähm, also, entweder, also Montag, Minecraft zum Beispiel, oder, und Dienstag, eins, eins bis sechs Spielen da, ähm, und dann Dienstag, Mittwoch wieder Minecraft, und dann wieder, die sechs Spiele da, also nicht sechs Spiele, ich würde gerne sechs Spiele entladen, ähm, dann wieder, Freitag, Minecraft, dann kommt Sonntag, wieder Minecraft, und Samstag kommt dann halt Borderlands, oder sonstiges, ähm, ja, das wäre es, ähm, ich habe aber noch eins, uh, ich muss das Thumbnail noch, ach, das Bild noch mal, verenden, ähm, ich habe hier nämlich den Start, ähm, also, ich werde auch vielleicht starten, ich werde starten, wahrscheinlich, ähm, Montag, den 4.8. oder Dienstag, also, Montag oder Dienstag, werde ich auf jeden Fall was hochladen, ich weiß nur nicht ganz genau, was ich hochladen soll, aber, wir gucken mal, also, ich müsste dann, Montag mit GameStuff LP, müsste ich dann was, la, spielen und so, oder ich la, ich spiele da ein bisschen, ja, irgendeine Scheiße halt, ähm, ja, also, Montag oder Dienstag ist der Start, nimmt er immer noch meine Tonspur auf, ja, er nimmt die Tonspur auf, wir reden schon, Alter, wir reden schon fast 10 Minuten, was schon los mit mir, ähm, ja, der Start ist entweder Montag oder Dienstag, also nächste Woche Montag oder Dienstag, ähm, am Wochenende geht nicht, weil da hat ein Familienteil Geburtstag, und, rrrr, äh, ich werde auch versuchen, also, ich hab schon seit einer längeren Zeit, also wirklich schon seit einer längeren Zeit, so ein Gedanke, so, zum Beispiel, als Kanal, nein, nicht Kanal-Info, sondern Kanal-Trailer, genau, so, nur so eine Synchro zu machen, zum Beispiel, jetzt so ein, warte, GameStuff LP hat mir mal was gezeigt, aber das kann ich jetzt gerade nicht öffnen, ähm, ja, ich, vielleicht werde ich ein Synchro, Synchro machen als, äh, äh, Kanal-Trailer, vielleicht aber auch nicht, ähm, ja, was es mit den Playlists bei mir zu tun hat, ich werde, warte mal, so, YouTube Studios, zum Kornal, Kornal, Annal, ha, ähm, also, ähm, ähm, ich werde, The Crooked Man, The Crooked, oder The Crooked Man, nicht, let's playen, weiter, let's playen, ähm, Ramden Games, that I play, ich weiß es nicht, da muss ich mich noch, einigen lassen, ähm, let's play together lasse ich da, lasse ich auf jeden Fall da, Serious Sam bald, habe ich immer noch nicht hochgeladen, ähm, das wird auch gelöscht, Slender Sanatorium, könnte ich drin lassen, aber mache ich nicht, ähm, dann wäre, PvP Action, ja, das lasse ich drin, weil ich in letzter Zeit auch sehr viel mit Game Stuff LP, ähm, sehr viel Survival Games, Quick Survival Games, Bad Wars, also ich habe sehr viel PvP gespielt, Team Fortress, ja, lasse ich auch da, weil vielleicht werde ich Team Fortress machen, ich weiß es nicht, ähm, ja, das war's, ähm, und, ich versuche, mir wieder ein, neues, Kanalbanner und Kanalbild zu machen, weil, tut mir leid, an Homeboys Design, aber, naja, es ist, langweilig geworden, da musst du mehr Pep rein, weiß es, ähm, ja, das auf jeden Fall, die Thumbnails werden sich hundertprozentig verbessern, das werde ich euch schwören, ich schwöre auf meine, Volvic Flasche, ich trinke seit sehr langer Zeit Volvic, nur noch Volvic, weil Volvic mag ich, das ist lecker, habe ich noch was zu sagen, ähm, ja, das war's, eigentlich, ich werde dann, ich werde dann halt Dienstag oder Montag oder Dienstag was hochladen, ich weiß aber noch nicht was, also, wie gesagt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, ähm, ja, das war's dann auch, und, ich hoffe, wir werden uns am Montag oder Dienstag sehen, bis dahin, tschüss und viel Spaß.